Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten, herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf und ganz herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt im Mai Geburtstag haben. Liebesgöttin Venus verwöhnt euch bis zum 19. mit einem günstigen Einfluss, da habt ihr eine tolle Ausstrahlung und ihr seid beliebt und bekommt bestimmt viele Einladungen. Anschließend geht es dann mit der Sonne weiter, die euch zu eurem Geburtstag im Mittelpunkt stehen lässt. Der Monat wird euch garantiert gefallen. Wenn ihr euch für euer Geburtstagshoroskop interessiert oder für die Vorschau für euer neues Lebensjahr, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Mit etwas Glück könnt ihr auch ein Geschenk von mir gewinnen. Ich verlose diesen Monat unter meinen Zuschauerinnen und Zuschauern eine Chiron-Beratung. Chiron, der innere Heiler im Horoskop, ist ja letzten Monat in den Widder gewechselt. Das ist ein sehr guter Aspekt für euch, besonders wenn ihr als Heiler und Berater unterwegs seid. Und in dieser Beratung könnt ihr alles darüber erfahren, was euch das für euch persönlich bringt und bedeutet. Mehr zur Verlosung am Ende des Videos, also bleibt dran und schaut euch bitte auch unbedingt den zweiten Teil meines Chiron-Specials an. Es ist jetzt online und heißt Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. In diesem Monat steht wieder ein kosmisches Großereignis an. Erneuerungsplanet Uranus wechselt das Zeichen. Er geht in den Stier, nachdem er zuvor sieben Jahre lang durch den Widder gelaufen war und bildet dann keinen direkten Aspekt mehr zu eurem Sternzeichen. Im Sonnenhoroskop der Zwillinge geht er dann ins zwölfte Haus der Spiritualität. Wenn ihr dafür empfänglich seid, werdet ihr euch vielleicht in eurer spirituellen Haltung in den kommenden Jahren ganz neu ausrichten. Oder ihr interessiert euch für eine neue Technik, um in Kontakt mit der geistigen Welt zu kommen. Viele Zwillinge haben aber auch Planeten im Stier im Geburtshoroskop, die eventuell von diesem Transit ganz direkt angesprochen werden. Auch deswegen würde sich eine Beratung für euch lohnen, damit ihr wisst, wo die Reise mit Uranus in den kommenden Jahren hingeht. Welche Planeten langfristig sonst noch für euch wirken, darüber findet ihr alle Infos in eurem Jahresoskop, entweder als Video oder in meinem Buch zum Nachlesen. Jetzt wollen wir uns die aktuellen Tendenzen im Mai der Reihe nach anschauen. Der Monat beginnt mit wunderbaren Flirtsternen für alle Zwillinge, die auf der Suche sind. Gerade in den ersten Tagen haben wir eine traumhaft schöne Konstellation, um jemand Neues kennenzulernen. Also zieht los oder falls euch eure Freunde einladen, geht hin, denn da stehen die Chancen auch gut, jemand Schickes kennenzulernen. Ihr könnt auch auf einer Fete von Freunden jemanden treffen. Vielleicht habt ihr ja auch beim Tanz in den Mai schon jemanden kennengelernt und könnt den Flirt nun vertiefen. Für Zwillinge in fester Beziehung ist weiterhin Beziehungsarbeit angesagt, aber die steht jetzt unter guten Sternen, denn Glücksplanet Jupiter hilft euch vernünftig mit eurem Schatz zu planen und Dinge zu regeln, die anstehen. Der Merkur steht im Haus der Freunde, hier im Widder, und die Sonne steht im Stier und die Venus, wie gesagt, hier in den Zwillingen. Da erfreut sie zunächst noch die erste Dekade, dann läuft sie vom 4. bis 12. Mai durch die zweite Dekade und anschließend durch die dritte Dekade eures Zeichens bis zum 19. Mai. Das lässt eure Ausstrahlung aufblühen und ihr könnt wahrscheinlich die Frühlingsgefühle in vollen Zügen genießen. Nur zwischen dem 6. und dem 9. Mai müsst ihr ein bisschen auf euer Herz aufpassen, da meint es vielleicht jemand nicht ehrlich mit euch. Doch schon der 7. und 8. sind wieder zwei richtig gute Tage für euch. Vom 12. bis zum 17. Mai ist dann diese kritische Phase, wenn Merkur, Mars und Uranus gleichzeitig das Zeichen wechseln und dabei in Spannung zueinander stehen. Und weil ihr ja vom Merkur regiert seid, könnt ihr euch das auch betreffen, denn der Merkur überträgt dann diese Spannung gewissermaßen auf euch. Also passt auf, dass ihr euch nicht um Kopf und Kragen redet und trefft keine vorschnellen Entscheidungen. Davon abgesehen seid ihr aber von dieser allgemeinen Anspannung nicht so stark betroffen, es sei denn, ihr habt eben Planeten im Stier, durch die sich diese Gereiztheit auch auf euch überträgt. Ansonsten könnt ihr vielleicht vermitteln und euch um Freunde und Bekannte kümmern, die jetzt etwas ratlos dastehen. Der Neumond am 15. Mai findet im Stier statt und damit in eurem zwölften Sonnenhaus der Spiritualität und auch Uranus geht am 15. in den Stier. In der Neumond-Meditation würde es sich anbieten, dass ihr euch mit eurer geistigen und spirituellen Entwicklung beschäftigt, weil Uranus hier starke neue Impulse für die kommenden Jahre anzeigt. Ganz generell ist der Neumond im Stier natürlich auch geeignet, um sich mit finanziellen Themen zu beschäftigen. Das gilt besonders für Zwillinge in fester Beziehung. Für euch stehen langfristig Auseinandersetzungen um eure gemeinsamen Werte an und auch darüber, welche Grenzen ihr beim Partner und gegenseitig akzeptieren solltet. Wenn es ums Geld geht, könnt ihr die Neumond-Meditation dafür nutzen, um Klärung oder um Eingebung für Problemlösungen zu bitten. Die werdet ihr auch bekommen, denn die Zeit zwischen Neumond und Vollmond ist voller harmonischer Aspekte, die absolut lösungsorientiert sind. Der Mars wechselt am 16. Mai in den Wassermann und bildet dann einen förderlichen Aspekt zur Zwillinge Sonne und zwar für insgesamt fast fünf Monate, weil er nämlich im Wassermann auch rückläufig wird und deswegen besonders lange dort stehen bleibt. Er wird währenddessen einige Male Spannungsaspekte zu anderen Planeten bilden, aber die Zwillinge Sonne ist davon nicht so betroffen. Wenn ihr also merkt, dass ihr einen kühlen Kopf bewahrt, während viele andere mit dem Chaos kämpfen, dann ist das eine gute Gelegenheit, um Freunden zu helfen oder, falls ihr therapeutisch unterwegs seid, eure Klienten klug und umsichtig zu unterstützen. Am 19. Mai geht die Venus ins Zeichen Krebs. Das ist dann bei euch das zweite Haus im Sonnenhoroskop, das Geldhaus. Das ist oft eine günstige Phase für finanzielle Entwicklungen. Es kommt Geld herein und wenn ihr jetzt einkaufen geht, findet ihr schöne Dinge, die eure Ausstrahlung unterstützen und an denen ihr Freude habt. Ausnahme sind die Tage vom 24. bis 27. Da gibt es einen kritischen Aspekt zu Saturn. Da könnte es zum Beispiel sein, dass euer Schatz nicht damit einverstanden ist, was ihr euch kaufen wollt, weil er andere Wertvorstellungen hat als ihr. Man sollte in den Tagen auch nicht zu viel Geld ausgeben. Davon abgesehen sind aber die Aspekte insgesamt harmonisch. Am 21. Mai morgens um 4.14 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen Zwillinge und sie löst dann damit die Venus ab mit ihrem angenehmen Einfluss in eurem ersten Haus und stärkt eure Vitalität und Lebensfreude. Jetzt steht ihr für vier Wochen im Mittelpunkt und wenn ihr Geburtstag habt, dann solltet ihr das wirklich ausgiebig feiern und viele Leute einladen, denn alle werden kommen. Besonders prickelnd für euch ist der Vollmond am 29. Mai. Er findet statt in den Zeichen Zwillinge und Schütze und das ist bei euch die Beziehungsachse. Und weil sich Sonne und Mond dabei auch noch mit dem Mondknoten hier verbinden, sind die Chancen erhöht, in diesen Tagen jemand tolles Neues kennenzulernen. Kurz vor Monatsende am 30. wechselt auch der Merkur in euer Zeichen und ihr findet in jeder Situation die richtigen Worte. Und diese schöne Energie setzt sich fort bis in die erste Juniwoche. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein riesen Echo ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.